Ein Barcamp ist ein offener Raum für Themen, die die Teilnehmer selber bestimmen, wo sie sich hinstellen und sagen, ich möchte mit den anderen Teilnehmern sprechen über das Thema XY und dann finden sich Leute aus dem Teilnehmerkreis zusammen, die dann eine Stunde lang, oder auch kürzer, je nachdem, darüber diskutieren, was sie selbst interessiert. Ohne Referenten, ohne externen Einfluss, einfach nur ein freier Raum, um die besten Lösungen, die besten Ansätze zur Befassung eines jeweiligen Themas herauszuarbeiten. Wir NEOS bewegen uns in einem Spannungsbogen zwischen Partizipation und Leadership, ob das bei der Programmaerstellung oder bei unserer Listenerstellung ist, wir versuchen immer einen gesunden Mittelweg zu finden. Dieses Wochenende in Berlin beim Participation Camp haben wir uns vor allem mit der Beteiligung, dem einen Ende des Spannungsbogens beschäftigt und wollen das im Herbst in Wien weiterführen. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal.